Es wird wieder in die Hände gespuckt am Bau. Nicht in Österreich, aber jedenfalls in Deutschland. Die Zahl der Baugenehmigungen sind derzeit auf einem All-Time-High-Record und seit 16 Jahren nicht mehr wurden so viele Bauanträge in Deutschland eingebracht wie derzeit. Das heißt, Wohnraum wird in Deutschland geschaffen in einem Ausmaß, wie das bisher schon sehr, sehr lange zumindest nicht mehr der Fall ist. In Wien und in Österreich ist es ein wenig anders. Da sind die Baugenehmigungen eigentlich auf mittelmäßig hohem Niveau, aber lange nicht so gut wie in Deutschland. Warum ist das so? Wird in Wien weniger Wohnbau developed als in Deutschland, obwohl die Nachfrage in Wien deutlich größer ist als in den meisten Städten, deutlich größer als in Berlin, Hamburg, München sogar. Die Antwort ist einfach, ich weiß sie nicht. Das war Gerd Rodler fast live aus dem Millennium-Dauer und weitere aktuelle Nachrichten finden Sie immer hier. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.